Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Kameranews und zwar eine Spezialfolge zur jetzt bald anstehenden GoPro Hero 11 Black. Ich hatte vor, ich glaube, drei, vier, fünf Wochen schon mal ein Video hochgeladen zu der Kamera, wo ich so ein bisschen darüber gesprochen habe, was ich mir vorstellen könnte, was ich mir wünschen würde. Und jetzt sind in den letzten Tagen wirklich einige Leaks aufgetaucht aus vertrauenswürdiger Quelle, die so ein bisschen auf meine Wünsche, Ansprüche an die neue GoPro eingehen. Und ob die so erfüllt werden oder eher nicht, das versuche ich heute so ein bisschen in dem Video zu erklären. Kommen wir erstmal zum Design der Kamera bzw. zum Aufbau des Gehäuses. Das ist nämlich quasi identisch mit dem der GoPro Hero 10. Da hat sich überhaupt gar nichts geändert. Das Display, sowohl vorne als auch hinten, ist immer noch identisch. Steuerung wird per Touch durchgeführt. Wir haben lediglich jetzt einen kleinen neuen Schriftzug auf dem Gehäuse. Ansonsten hat sich da nichts geändert. Wir haben weiterhin eine Wasserdichte bis zu 10 Metern ohne wasserdichtes Gehäuse. Und ja, das heißt logischerweise wahrscheinlich auch, dass wir unser Media Mod und so weiter, alles, was wir in Equipment für die 10er hatten, auch an der 11er verwenden können, was per se natürlich gut ist, aber keine Änderung am Gehäuse lässt jetzt auch nicht allzu viel Änderung im Inneren erwarten. Diese Erwartung wird allerdings dahingehend ein bisschen zerstört, dass ein neuer Sensor verbaut wird. Das ist einer der sehr großen Punkte, die ich mir gewünscht habe, von der 10er zur 11er hin, dass ein neuer Sensor ausprobiert wird, vielleicht sogar eine neue Sensortechnologie ausprobiert wird, einfach damit wir beim Thema Lowlight ein bisschen besser aufgestellt sind. Wir haben jetzt in der GoPro Hero 11 einen neuen CMOS-Sensor verbaut. Der bildet mit 27 statt vorher 24 Megapixeln ab und lässt natürlich die Hoffnung steigen, dass wir generell weniger Rauschen im Bild haben, vor allem aber in anspruchsvollen Lichtsituationen. Die maximale Videoauflösung soll 5616 mal 3744 Pixel betragen. 5,3K-Videos sind weiterhin mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich. 4K-Footage ist mit 120 FPS möglich. Also hier keine großen Updates zu spüren. Knüpft also, was das Thema angeht, nahtlos an das Design an. Auch hier keine großartigen Veränderungen. Für Portraitaufnahmen soll die Kamera jetzt einen smarten Modus haben, wo sie Lächeln und Blinzeln erkennt, um halt die besten Schnappschüsse zu machen. Muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich keine Ahnung, wer das braucht. Ich würde mir jetzt eine GoPro persönlich nicht dafür kaufen, um den ganzen Tag Selfies von mir im Foto-Modus zu machen. Dafür reicht im Normalfall auch mein Handy eigentlich. Wenn das bei dir irgendwie anders ist und du mit der GoPro nur fotografierst, schreib es gerne mal in die Kommentare rein. Mir ist dieser Anwendungszweck noch relativ fern. Beim Thema Bildstabilisierung setzt GoPro auf HyperSmooth 5.0. Das wird wieder mal softwarebasiert sein, wie die älteren HyperSmooth-Generationen auch. Ich gehe mal von einem wirklich kleinen Upgrade zur vorherigen Generation aus. Das liegt vor allem daran, dass die Stabilisierung einfach für Softwarestabilisierung extrem gut ist und ich mir nicht vorstellen kann, dass das Rad da jetzt innerhalb von einem Jahr neu erfunden wurde. Das war es auch schon soweit zu den geleakten Specs der GoPro Hero 11 Black. Ich würde sagen, hier ist so ziemlich alles wirklich Relevante enthalten, außer der Preis. Ich denke mal, der wird ungefähr auf GoPro Hero 10 Release-Niveau sein. Warum sollte die Kamera jetzt spürbar teurer sein? Sie kann ja nicht viel mehr als die 10er zu Release. Der Fortschritt beim Sensor müsste mich schon echt stark überraschen, dass die 11er jetzt, weiß ich nicht, 100 Euro teurer wäre, als die 10er es zu Release war. Ich kann mir generell nicht vorstellen, dass die 11er jetzt ein Quantensprung sein wird. Der Sensor lässt aber natürlich darauf hoffen, dass wir gerade in anspruchsvolleren Lichtsituationen, wie ich schon angesprochen hatte, ein bisschen besseres Rauschverhalten haben. Wir werden da jetzt keinen Vollformat-Look haben, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass GoPro da noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Vielleicht auch softwareseitig noch ein bisschen was gedreht hat. Da stirbt die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt. Weiterhin bleibt natürlich zu hoffen, und das ist auf meiner Wunschliste für die 11er ganz weit oben, dass die Überhitzungsprobleme der GoPro 10 so ein bisschen eingegrenzt werden. Dazu gibt es seitens GoPro wahrscheinlich keine offizielle Kommunikation, weil man sich ja dann gleichermaßen eingestehen müsste, dass die GoPro 10 relevante Überhitzungsprobleme hatte. Ich denke, soweit wird es nicht kommen, aber ich hoffe mal, dass die ersten Reviews zu der Kamera dann zeigen werden, dass die Überhitzung so ein bisschen besser im Griff ist. Wobei zu Release hin auch der ein oder andere Testbericht gar nicht darauf eingegangen ist, dass die Kamera überhaupt überhitzt. Das kam ja erst nach und nach so ein bisschen. Von daher schauen wir mal. Release-Zeitraum wird wahrscheinlich nächste, übernächste Woche sein. Es wird irgendwann Mitte September sein, wie immer bei GoPro. Es ist noch kein genaues Datum bekannt. Ich tippe einfach mal so um den 15. herum, plus minus halt. Vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, der jetzt ähnlich wie ich hier sitzt und sich denkt, ja, klingt ja alles ganz nett, aber ganz ehrlich, das sind keine Kaufkriterien. Dann gehe ich halt auf die 10er, lebe mit den Überhitzungsproblemen, die die 11er vielleicht auch hat und spare dann 200 Euro vielleicht, weil die 10er ist ja mittlerweile deutlich billiger geworden. Wird dann vielleicht mit dem Release der 11er nochmal billiger, damit GoPro halt ihre Restbestände los wird. Für die Leute könnte vielleicht interessant sein, dass diesen Monat auch noch eine DJI Action 3 rauskommen soll. Hier ist ein erstes Bild aufgetaucht. Das zeigt, dass die Action 3 wieder im Format der ersten Osmo Action gebaut ist, also ähnlich zur GoPro. Ihr seht es hier, objektiv steht wieder ein bisschen hervor und ja, wir haben vorne ein Display, hinten ein Display. Der Rest ist allerdings noch unbekannt. Parallel zu diesem Video hier ist auf meinem Kanal noch ein Video online gegangen zur Insta360 ONE X3. Die wird auch diesen Monat rauskommen und zwar am 8. September. Wenn dich die Kamera auch interessieren sollte, verlinke ich dir das Video mal unten in der Beschreibung. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Da ist auch eine ganze Menge heute rausgekommen. Wenn dir das Video gefallen hat und vielleicht so ein paar Informationen über die GoPro dabei waren, die du noch nicht kanntest, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo auf meinem Kanal freuen, wenn du nichts mehr rund um das Thema Fotografie, Videografie und Reisen mehr verpassen möchtest. Wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Haut rein. Ciao.